Herzlich Willkommen liebe Zuschauer und Zuschauerinnen bei Techniklampen Music. Heute geht es einfach mal darum, den ganzen Sound von so einer Lampe aufzunehmen und von verschiedenen Lampen aufzunehmen. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. Viel Versprechen kann ich aber nicht. Und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben damit. Lampe 1. Lampe 1. So, hier haben wir eine 36-Wort T8. Mal Freude, oder Daylight. Geräusch geht los. Mal Freude, oder Daylight. Mal Freude, oder Daylight. Mal Freude, oder Daylight. Mal Freude, oder Daylight. Oh, die macht nicht so richtig ding 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 nächste lampe schönes kvg brumm starter wollen kein ding machen richtig schönen sound aber hier hoffe ich noch ein paar duch das lassen wir lieber Gut. Das waren, glaube ich, alle leuchten. Nein, alle haben wir noch. Ja, sorry, dass das nicht so guter kommt, Leute. Ich hoffe nicht, dass mein Papa gleich hier reinkommt. Deswegen werden es bloß nicht das einbrauchen. Hier steht auch noch was dabei. Hier kann man ja dran drehen. Ah, das ist nicht so richtig gut. Ja, gut. Das waren alle leuchten. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Ja, kommentieren, abonnieren. Und hier ist alles voll. Gut. Bis zum nächsten Mal. Heute gehen wir mal hier sehen.